Hey Leute, schön, dass ihr meinen Channel Weißen Socken gefunden habt. Ich bin André, komme aus Hannover und poste hier regelmäßig Vlogs rund ums Fahrrad. Es wird wahrscheinlich relativ Rennrad- und Gravel-lastig, allerdings gibt es auch immer mal wieder ein Tech-Video über Upgrades am Fahrrad und über Zubehör. Klickt gerne einfach mal aufs nächste Video und schaut euch einen an. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Bis dann! Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.